ja moin sind liebe youtuber herzlich willkommen auf meinem kanal dieses video ist nach synchronisiert worden heute ist sonntag und ich bin in einer kleinen ja in einer kleinen was heißt hier spiele videothek und alien games der bei uns in der nähe ist ich habe mit dem mit dem mann schon mal gesprochen dass ich ein youtube video machen möchte und er hat gesagt ja kein problem das gibt mehr werbung für ihn ja alien games und flyer halte ich hier nachher noch mal rein hier hat er massig viele blu-ray titel da gehe ich jetzt noch mal ordentlich durch hier sucker punch und 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 jetzt drin hat er gleich massig viele spiele verrückt nach fix fixi ja muss man hier natürlich auch aufpassen hier baby driver habe ich auch ein bisschen gutes drüber gehört was ich hier sage steven spielbergs super 8 soll natürlich auch gar nicht mal verkehrt sein ja und wie ihr hier sehen könnt ich gehe hier mal sporadisch ein wenig durch hier hat man noch kick es das steelbook ist natürlich auch gebraucht sieht man auch dass da verschiedene aufkleber drauf waren das ist nun mal so ab bei einer spiele videothek und ich bin eigentlich froh dass das er noch da ist erst mal umgezogen in dieses gebäude hier es sieht unscheinbar von draußen aus normalerweise hat er auch immer noch einen aufblasbaren pikachu draußen stehen den hatte er diesmal leider nicht hier hat er denn auch noch ein bisschen super mario merch für kindergröße 162 oder so größe da hat er dennoch dvds ja und hier gehen wir jetzt rein in die spiele abteilung ordentlich viel ps3 spiele hitman grand theft auto ufc spiele haben wir hier jede menge dead island 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 das ist ziemlich gut das spiel habe ich schon mal ein bisschen was von gesehen und ja dann natürlich dann auch die unzensierten varianten ihr seht wie viel auswahl hier ist haze habe ich auch mal gespielt ich glaube ich habe mal die zensierte usk 18 version gespielt bin ich der meinung darunter ist dann noch resident evil teil 5 und far cry 3 mirals edge haben wir hier unten auch noch hier dieses jump and run spiel mit der frau ist auch günstig geworden hier noch ps1 titel die sind auch immer ganz ganz gerne gesehen und hier noch ein paar nintendo spiele und wie spiele haben wir hier auch noch hier haben wir medal of honor das ist ja das ist meines wissens glaube ich auch blutleer diese version ich glaube blut war da immer nicht viel zu sehen red steel gibt es auch eine eine unzensierte variante aber die ist nicht usk 18 geprüft also das müsste die die gekürzte sein hier noch ein avatar spiel in in wii form für 799 auch nicht schlecht wusste ich gar nicht dass es davon spiele spiele gibt natürlich mit avatar muss ich ja ordentlich vermarkten und wie ihr hier seht hier star wars teil 3 auch noch wie desaster usk 16 day of day of things keine ahnung was da eben gerade stand und wie gesagt ganz ganz viele schöne spiele da oben hat man noch harry potter und der halbblut prinz war das glaube ich alone in the dark auch ein tolles spiel wie gesagt also er hat da wirklich massig an guten spielen hier hat sich jetzt gleich mal ein lenticular cover raus bei den ps4 spielen zombie army dead war das ist glaube ich auch ein gutes spiel 35 euro ist glaube ich auch nicht allzu teuer also hier steht jetzt auch hinten noch pg genau 18 und denn jetzt hier dieses dieses schöne lenticular cover gut da ist das ein bisschen zu dunkel geworden ich hoffe ihr könnt das so sehen so ein bisschen in der video qualität ja und es ist einfach er ist einfach fantastisch der laden und hier hat man jetzt auch noch sein flare dann hat man hier auch noch alien games zinger straße 45 in meldorf und hier bekommt ihr auch noch telefonnummer und auf facebook ist er auch noch zu finden öffnungszeiten stehen da auch noch mit drauf und ich habe mir jetzt zwei dvds geholt perkins und bleed eat or be eaten das füge ich jetzt gleich da noch mal ein mit in das video und ja da haben wir noch call of duty predators hunting grounds haben wir hier auch noch für 20 tacken ne das ist auch ein unschlagbarer preis da die spiele die er da hat das ist einfach nur fantastisch und das ist halt einfach ein schöner kleiner laden wo ihr spiele games sogar noch filme kriegt watchdogs legend hat man hier noch hier noch die die 18er ware natürlich das ist denn alles unzensiert ja hier natürlich schimpfwörter und gewalt nur so bringen wirklich wahre spiele wirklich großen spaß ja wie gesagt den den besitzer kenne ich ganz gut mit dem habe ich ordentlich geschnackt hatte vorne auch noch eine ps5 stehen habe dann noch mit mit ihm geschnackt ob die ps5 jetzt ja wieder so zu kriegen ist er sagte ja und ja hier oben hat man denn auch noch ein tomb rider angel of darkness spiel das ist schon stark ausgeblichen echt krass was er da noch alles so im laden stehen hat das ist echt ein traum für jeden gamer und sammler hier hat man auch noch psp spiele ich hatte ja auch mal eine psp gehabt und ja hier gibt es denn auch noch switch spiele die switch ist mir jetzt irgendwie ja habe ich mir jetzt gar nicht mehr geholt und zombie night terror das sah ziemlich gut aus und jetzt ist dieses video gleich zu ende ich bedanke mich fürs einschalten leute und ja ich würde mich über ein däumchen freuen und vielleicht habe ich euch ja ein wenig neugierig gemacht und ich wünsche euch heute tatsächlich noch einen schönen zweiten april luigi haben wir da noch und viele andere schöne titel also leute haut rein und habt einen schönen sonntag tschüss euer flomag master